Eigentlich habe ich den Laber schon mal erzählt, aber sie hat vergessen das Mikrofon einschalten. Ich bin hier um diese Türen zu machen. Also Details um die Türen, die gehen ich mir länger. . Man kann schon etwas zeigen. Es ist schon ein Teil gemacht, also dafür haben wir eine Zierliste, die ich abschalten habe, noch nicht geholt. aber die können wir da rundherum, der Rest ist eigentlich gut, ich habe einen miserablen Start gehabt, ich war sauer, es hat nichts funktioniert, aber jetzt sieht es schon sehr gut aus. Sobald die Sonne weg ist, wird es richtig kalt und weil ich heute draussen gesagt habe, sind die Hände sehr eingefroren. Aber ich habe die letzten, etwa eineinhalb Tage, das kleine Öferi eingeschaltet lassen, um mal zu schauen, wie es ist, wenn ich so eine Grundtemperatur halte. Und ich weiss nicht genau, wie viel Watt das Öferi hat, es läuft jetzt immer so im Hintergrund, aber wo wir heute hochkommen sind, ist saunaähnliche Temperaturen da drin gewesen, also das kleine Öferi, das heizt schon zu fest. Also ich bin zuversichtlich, dass es im Winter verhebt. So, die Hüree gemacht, ich bin happy, da kommen dann die Zierliste noch an, dann wird das recht schön, also es ist jetzt wieder so, einen Schritt mehr, das muss man jetzt um alle Fenster herum auch noch machen, es ist wirklich kack, es ist wirklich so ein Nivell-Detail-Arbeit-Ding. Aber es geht ab, irgendwie, bis morgen. In the cold, cold ground, cold, cold ground, cold, cold ground, cold, cold ground. Und die, bis morgen. 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 Vielen Dank.